Ich bin Stefan Wild. Ich bin im Hause MikroEpsilon für die kapazitiven Sensoren zuständig, die Sie hier in diesem Messe-Demo sehen. Unsere kapazitiven Sensoren sind nicht nur im Reihenraum im Einsatz, sondern auch in industriellen Anwendungen. Beispielsweise messen Sie in Windkraftanlagen den Generatorspalt zwischen Aktor und Statur. Unsere Sensoren sind in unterschiedlicher Bauform erhältlich, standardmäßig als zylindrischer Bauform, aber auch als Flachsensorik wie in diesem Messe-Demo. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer individuellen Anpassung für Serienanwendungen, beispielsweise individuelle Kabellängen oder eine Sonderbauform. Dank des triaxialen Aufbaus sind unsere Sensoren äußerst robust gegen äußere Einflüsse, beispielsweise Temperaturschwankungen oder einem äußeren Magnetfeld. Im Praxiseinsatz überzeugen unsere Sensoren beispielsweise in Windkraftanlagen und messen dort den Spalt zwischen Aktor und Stator im Mikrometerbereich. Unsere Sensoren gibt es als Ein-Kanal- oder Mehrkanalvariante. Die zugehörigen Controller bieten wir Ihnen mit Analogausgang oder diversen digitalen Schnittstellen, beispielsweise Ethernet oder diverse Feldbusse. Für komplexe Datenauswertungen empfehlen wir Ihnen die Anbindung über unsere Programmierschnittstelle MedaClip oder eine Anbindung über ein Feldbus, beispielsweise EtherCAT oder PROFINET. Weitere Informationen finden Sie hierzu auf unserer Webseite. Gerne dürfen Sie uns bezüglich eines Beratungsgesprächs oder eine Produktvorführung auch kontaktieren.